Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction-Video, zusammen mit... Seh mir... Gucken wir uns zusammen südindische Musik an. Das ist jetzt zum ersten Mal mit dir. Es ist dann auf der Sprache Tamil, also nicht Hindi. Und ja, da habe ich empfohlen bekommen... Wie heißt das Lied? Love Deba. Und es ist von 2016, sehe ich gerade. Aber okay, ich bin sehr gespannt. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Tamil-Musik. Ja, lass uns das mal anschauen. Mal gucken. Okay. Okay, der tanzt. Dieser Schnitt, dieses... So, dass man das so komisch schneidet, das er im Gewinn geht. Aber, ja, der tanzt doch voll krass. Voll gut. Ja, das ja, aber dieses Schneiden ist... Gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall hier die ganzen Krüger, Getränke oder was das sein soll. Aber schön, wie die da tanzen. Ich finde, die haben irgendwie eine besondere Tanztechnik. Ganz... Bollywood finde ich es irgendwie. Ich weiß nicht, ob es nur so mir vorkommt oder... Keine Ahnung. Also, derart ist eben... Bollywood. Äh. Oh. Interessante Tanztechnik. Wir machen ganz schön viel mit den beiden. Ja. Das sieht krass aus. Ja. Also der kann echt gut tanzen. Das sieht cool aus. Ich könnte es auch nicht schaffen. Was? Oh. Das ist so krass. Also echt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Mit den Beinen und so. Die Hand und dann wieder los und dann wieder runter. Das sieht echt so anders aus. Noch nie gesehen irgendwie. Keine Ahnung. Aber generell voll viel Beinarbeit. Ja. Mein Gott, wenn ich das so vorstellen könnte. Ich könnte sowas nie machen. Man kann sich gar nicht auf den Rest konzentrieren. Man guckt die ganze Zeit nur auf die Beine. Aber jetzt geht alles ab. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Das ist cool. Wow. Wow. Das ist ein richtig guter Tänzer. Wow. Der ist ja richtig guter Tänzer. Oh. 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 Ich finde, die haben voll die Ausstrahlung. Sieh aus, sie lächelt die ganze Zeit wie so ein Honigbogen-Pferd. Krass. Das war so. Was war denn das für ein Ende jetzt? Wahrscheinlich dann kommt. Wahrscheinlich geht es da mit Filmen weiter. Okay. Oh mein Gott, war das jetzt Telugu? Was? Habe ich da etwas Falsches gesagt? Da steht man. Ja. Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt. Das ist jetzt Tamiru Telugu, wenn das so steht. Auf jeden Fall war es nicht schlecht. War gut. Die Tänze waren echt krass. Finde ich richtig. Habe ich nicht mal in Bollywood so gesehen. Keine Ahnung, das ist echt anders. Da ist halt mehr Oberkörper und Hände und so. Mehr Energie finde ich auch energetischer. Ja. Ja, war cool. Nicht schlecht. Ja, ich fand es auch richtig gut. Ja, schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das Lied findet. Kennt ihr noch so ähnliche, krasse indische Musikvideos? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Ja, falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert für weitere Reaktionen-Videos. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.